guten abend youtube ich habe heute abend den 335i f30 dabei wie ihr bereits schon aus dem video wisst wird an dem fahrzeug ein ladenluftkühler verbaut er bekommt andere zündkerzen er bekommt einen kleinen serviceölwechsel etc jetzt habe ich einfach gedacht komm dann mache ich euch noch ein kleines video und zwar einfach von 100 auf 200 dass ihr auch mal ein bisschen einen einblick habt was der 335i n55 so kann wir fahren jetzt 100 kickdown so das waren jetzt 100 auf 200 nachdem der ladenluftkühler verbaut ist und der datenstand von den motorkennfeldern noch ein bisschen angepasst ist wird noch ein bisschen mehr gehen aber ihr seht das auto macht richtig spaß das auto hat richtig viel druck momentan ist verbaut eine downpipe und ein datenstand in dem fall eine stufe 2 nach dem kommt eine stufe 2 plus sobald der ladenluftkühler drin ist sind wir gespannt vielleicht folgt im frühjahr oder sommer noch das thema upgrade lader da ist der kunde sich noch nicht schlüssig jetzt wünsche ich euch einen schönen abend und würde sagen bis bald zum nächsten video